Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Tempomat-Eingangskreis niedrig. Was bedeutet das? Dies ist ein allgemeiner Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt normalerweise für OBDI-Fahrzeuge mit Tempomat. Zu den Fahrzeugmarken gehören unter anderem Chevrolet, Chevy, Toyota, Ford, Harley, Dodge, Ram, Ford und so weiter. Das ECM Motorsteuergerät verbringt die meiste Zeit damit, sicherzustellen, dass ihr Motor ordnungsgemäß funktioniert, während Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Leistung, Geräusche und Komfortfunktionen des Herstellers auf einem akzeptablen Niveau gehalten werden. Die Geschwindigkeitsregelung ist eine großartige Funktion für lange Fahrten, da sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nicht steuern müssen. Das ECM kann sich darum kümmern, solange das Tempomat-System fehlerfrei ist. Wenn Sie dies lesen, funktioniert Ihr Tempomat höchstwahrscheinlich nicht mehr. Ein gutes Zeichen dafür, dass die Geschwindigkeitsregelung vom ECM vollständig deaktiviert wurde, ist, dass die Geschwindigkeitsregelungsleuchte am Armaturenbrett nicht aufleuchtet, wenn Sie versuchen, sie zu aktivieren. Im Allgemeinen bedeutet dieser Fehlercode, dass der Steuereingang eine elektrische Fehlfunktion aufweist, die auf zahlreiche mögliche Ursachen zurückzuführen ist, der P0576-Tempomat-Eingangskreis niedrig und die zugehörigen Codes P0575 und P0577 werden eingestellt, wenn das ECM eine Fehlfunktion im Tempomat-Eingangskreis erkennt. In diesem Fall liegt ein Niederspannungszustand vor. Tempomatschalter. Was ist der schwere Grad dieses DTC? Dieser spezielle Code ist eigentlich ein mildes Problem, das keine sofortige Reparatur erfordert, da die Motorleistung nicht beeinträchtigt wird, wodurch das Fahrzeug selbst betriebsbereit wird. Die einzige Möglichkeit, die Geschwindigkeitsregelung nicht zu verwenden, ist das einzige Hauptproblem bei dieser Art von Code. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Fahrzeug möglicherweise keinen Emissionstest bestehen kann, wenn das ECM einen P0576 oder einen anderen P-Code anzeigt. Aus diesem Grund ist das Löschen des Codes nach jeder Reparatur ein Muss, bevor ein erneuter Test durchgeführt wird. Der Mechaniker kann das Problem nicht genau identifizieren, wenn dies übersehen wird und es in Zukunft zu ernsteren Problemen führen kann. Was sind einige der Symptome des Codes? Das häufigste Symptom in Bezug auf den P0576-Code ist die Tatsache, dass das Tempomatsystem selbst oder eine seiner Funktionen nicht mehr funktioniert. Andere mögliche Symptome können sein. CEL Motorleuchte prüfen Schaltet sich innerhalb weniger Fahrzyklen ein. Nachdem das ECM ein Problem festgestellt hat, fehlerhafte oder intermittierende Funktion der Tempomat-Funktion ONG Tempomat-Leuchte leuchtet konstant oder leuchtet nicht auf. Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen P0576-Tempomat-Code können sein. Die häufigste Ursache für einen abnormalen Spannungswiderstandsspegel im Tempomateingangskreis ist ein fehlerhafter Tempomatschalter, der möglicherweise durch verschüttete Flüssigkeiten verursacht wird, die das Gerät und oder die darin enthaltenen Stromkreise kurzschließen. Verdrahtungsproblem, zum Beispiel Unterbrechung, Kurzschluss nach Masse, Kurzschluss nach Strom und so weiter. ECM-Problem, Motorsteuergerät, DH-interner Kurzschluss, Unterbrechung und so weiter. Funktionsschalter für Tempomat öffnen oder kurzschließen beschädigte Steckverbinder im Tempomat durch gebrannte Sicherungen, die auf ein viel ernsthafteres Problem hinweisen könnten, ZB-Kurzschluss, Spannungsspitzen, defekte Steuermodule und so weiter. Was sind einige P0576-Diagnose- und Fehlerbehebungsschritte? Der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin, die Technical Service Buildings, TSB, auf bekannte Probleme mit dem jeweiligen Fahrzeug zu untersuchen. Fortgeschrittene Diagnoseschritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern möglicherweise die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung und das entsprechende Wissen, um genau zu arbeiten. Nachfolgend finden Sie grundlegende Schritte. Weitere Informationen zu bestimmten Schritten für Ihr Fahrzeug finden Sie in einer spezifischen Reparaturanleitung für Fahrzeug-Ja-Marke-Modell-Antriebsstrang. Grundlegender Schritt 1 Nachdem Sie den aktiven P0576-Code mit Ihrem OBDI-DTC-Scanner aufgezeichnet haben, sollten Sie die Anschlüsse, Verkabelungen und andere Teile des Tempomatsystems des Fahrzeugs eingehend überprüfen. Es ist auch wichtig, dass beschädigte Steckverbinder, zum Beispiel defekte Laschen, Hitzeschäden, Korrosion und so weiter, bei Bedarf ersetzt, wieder angeschlossen oder repariert werden. Sie müssen den Code löschen und eine Sortierprüfung durchführen. Versuchen Sie jetzt, die Tempomat-Funktionen zu verwenden. Wenn nach der Reparatur alles funktioniert, sollten Sie sicherstellen, dass die CEL-Check-Engine-Light nicht mehr angezeigt wird. Andernfalls setzen Sie Ihre Diagnose fort, wenn sie erneut aufleuchtet und der Code erneut im ECM gespeichert wurde. Grundlegender Schritt 2 Testen Sie den Tempomatschalter aka Multifunktionsschalter. Beziehen Sie sich auf das Servicehandbuch Ihrer Marke und Ihres Modells, um die richtigen gewünschten Werte und Diagnoseverfahren für Ihr Fahrzeug zu erhalten. In den meisten Fällen müssen Sie dazu Ihren DVOM oder Ihr Multimeter verwenden, um die vorhandenen elektrischen Werte aufzuzeichnen. Nachdem Sie Ihre tatsächlichen Werte mit den vom Hersteller gewünschten Werten verglichen haben, können Sie den Schalter als Problem identifizieren oder als Möglichkeit ausschließen. Grundlegender Schritt 3 Wenn festgestellt wurde, dass der Schalter defekt ist, ist das Ersetzen möglicherweise keine leichte Aufgabe, da möglicherweise Airbags im Austausch vorhanden sind, das heißt, es könnte so einfach sein, eins oder zwei Lenksäulenabdeckungen zu entfernen, um auf den Schalter zuzugreifen, wenn Sie es als Ihr Problem identifiziert, festgestellt haben, dass es defekt ist, und es gemäß den für Ihr Fahrzeug spezifischen Schritten ausgetauscht haben, testen Sie das Fahrzeug, nachdem Sie die aktiven Codes gelöscht haben. Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und die technischen Daten und Service-Buildtanks für Ihr spezifisches Fahrzeug sollten immer Vorrang haben.